Hallo, hier ist wieder das CAD Newsflash. Heute besuchen wir das Legasthenie-Zentrum, wo uns Herr Komnick ein paar Auskünfte über das Training der Legastheniker gibt. Hallo, mein Name ist Katharina Wollmatt und ich bin von der Weblog AG und heute interviewe ich den Leiter des Legasthenie-Zentrums. Hallo, was ist denn eigentlich das Legasthenie-Zentrum? Das Legasthenie-Zentrum ist ein Bereich der Christophhochschule Oberhof, in dem Kinder mit Lächeln- und Rechtschreibschwierigkeiten besonders gefördert werden. Und seit wann existiert das hier? Wir haben die staatliche Anerkennung für das Legasthenie-Zentrum seit 1977. Gibt es hier Einzel- oder Gruppenunterricht? Es gibt sowohl das eine wie das andere, das hängt jeweils von den Schwierigkeiten bei den einzelnen Kindern ab. Und wie viele Lehrer und Therapeuten gibt es hier im Legasthenie-Zentrum? Wir sind hier zusammen elf Mitarbeiter, sind unterschiedlich zusammengesetzt von der Berufsgruppe her. Wir sind zwei Psychologen, eine Psychotherapeutin, ein Diplom-Pädagoge und der Rest sind Lehrer aus unterschiedlichen Fachbereichen. Werden hier nur Internatschüler betreut oder auch normale Schüler, die jetzt zur Schule gehen? Nein, bei uns sind nur Internatschüler. Das hängt damit zusammen, dass wir auch über Jugendämter finanziert werden und die finanzieren eben nur diese Internatskinder. Und welchen Erfolg haben Sie hier mit den Schülern? Das lässt sich so allgemein schlecht beschreiben. Wir müssen differenzieren. Es geht uns nicht nur um den Erfolg beim Lesen und Schreiben, sondern es geht uns um den Bereichen der Schule. Das heißt, erfolgreicher Schulabschluss gelingt bei fast allen. Das Zweite ist Persönlichkeitsstabilisierende Elemente. Das läuft über das Internat. Das heißt, dass die Kinder möglichst lernen mit ihren Problemen, selbstständig fällig zu werden. Ich denke, da kommen wir auch ganz gut vorwärts. Und beim Lesen und Schreiben ist das eine sehr individuelle Geschichte. Das hängt jeweils von der Eingangssituation der Kinder ab. Je nachdem, mit welchen Schwierigkeiten die herkommen. Dementsprechend sind auch die Erfolge. Eins lässt sich feststellen, Fortschritte machen alle Kinder. Nur das Ende lässt sich schlecht voraussagen. Aber ist es möglich, dass ein Legastheniker Abitur macht? Wir haben sehr viele, die Abitur machen. Das ist durchaus möglich. Wenn ja, hat der Legastheniker mehr Zeit beim Abitur oder weniger? Oder genauso viel? Für die Legastheniker, also Legasthenie ist eine anerkannte Behinderung. Dementsprechend gibt es schulische Erlasse, wie den Notenschutz und den Nachteilsausgleich. Und in der Oberstufe greift vor allem der Nachteilsausgleich. Das heißt, je nach Bedarf bekommen dann die einzelnen Zeitzuschlag, bekommen die Nachbesserung oder dürfen mit dem Laptop arbeiten. Das wird jeweils zwischen den Jugendlichen und dem jeweiligen Fachlehrer abgesprochen. Das ist schulrechtlich auch abgesichert. Und welche Chancen haben Sie später im Berufsleben genau die gleichen? Also ich würde sagen, heute gibt es kaum noch Unterschiede. Das ist natürlich ein Legastheniker schlecht beraten, wenn er gerade Deutschlehrer machen würde. Aber sie haben ihre Stärken ja in den meisten im naturwissenschaftlichen Bereich. Und das sind keine Grenzen gegeben. Ich kenne sehr viele ehemalige Legastheniker, die inzwischen Architekten sind, die inzwischen Ärzte sind, auch Lehrer. Also die strömen in alle Berufsgruppen ein. Und was macht ihr hier genau? Ja, wir machen hier unsere Hausaufgaben erst mal und dann trainieren wir hier so alles, was in Sprachen lesen und schreiben zu tun hat, machen Übungen zu und versuchen das zu verbessern. Okay. Macht jede Gruppe das Gleiche oder ist das speziell? Ne, ich denke, jeder Legitrainer hat so sein eigenes Vorgehensmethode, aber irgendwie kommt am Ende immer dasselbe raus, würde ich sagen.